Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, wo ist denn der Hans geblieben? Ist nicht hier, ist nicht da, ist wohl in Amerika. Es ist wirklich nicht so wichtig, sich um eine andere Person zu kümmern. Diesen Worten war das zu einfach zu vergessen. Es ist bei weitem zu einfach, sich selbst davon zu überzeugen, dass man es ist, der einen Unterschied macht. Es ist schwer zu wissen, wie etwas ist, was man noch nie erlebt hat. Vielen Dank.